Dein Haus ist von innen ganz okay, finde ich. Ja. Aber du musst erst mal Druckplatten machen, damit es Hilfe hinzugeht. Ja, ich weiss, das habe ich auch noch vor. Julien! Okay, ich komme gerade zu euch und hole das jemand dafür. Man muss erst abhauen, sonst scheiss ich nicht ab. Der war gut.